Surya Yantrasana wird auch bezeichnet als die Sonnenuhr. Manche nennen sie auch den Kompass. Man könnte es auch sagen die Uhr. Das Bein ist wie ein Zeiger, der auf 12 Uhr zeigt. Surya Yantrasana gehört zu den fortgeschrittenen Vorwärtsbeugen mit aufgerichtetem Bein. Du gibst also das Bein hinter die Schulter. Du kannst dabei die Hand auf den Boden abstützen, Handflächen auf den Boden, Fingerspitzen nach vorne. Manche mögen auch die Hand auf den Fuß stützen, wie es Raffaela eben hatte. So hast du manchmal etwas mehr Spiel, um das Bein zu strecken. Wenn du es kannst, ist es gut den Fuß zu fassen an der Fußkante und zwar über den Fußrücken. Das hilft dir das Bein wirklich zu strecken und auch in der Wade eine gute Dehnung zu haben. Surya Yantrasana ist eine gute Übung zum einen für die vorwärtsbeugende Flexibilität, ist eine gute Übung auch für die tiefen Bauchorgane, stärkt auch die Schultermuskeln, denn die Stellung ist durchaus auch anstrengend für die Schulter und ist auch eine gute Übung, um dich zu öffnen zur Kraft der Sonne. Ich sagte, Surya Yantrasana ist die Sonnenurstellung, Yantra ist aber auch allgemein ein Symbol der Kraft und zwar eben Surya Yantra. Surya strahlt von oben und du kannst dir vorstellen, dass du dich so zur Sonne ausrichtest und die Sonnenkraft in dich hineinlässt. und deutlich, dass du dich so auf jeden Fall hast, und du dich so auf jeden Fall, dass du dich so auf jeden Fall hast und du dich so auf jeden Fall, dass du dich hecht so auf jeden Fall warst.